schönen guten abend hier sind wir wieder und bier der juni ist da hallo kann er hat immer noch nicht gelernt muss dann sagen der achim ist da der achim ist da ja mal gucken aber welcher folge wir dann irgendwann das mal eingespielt haben dass das funktioniert na ja wir sind heute draußen wie man unschwer erkennen kann beim kraft biergarten vom biercafé west der der bier kraft biergarten übrigens auch oben auch am banner vertreten und es ist gepflegte 28 grad glaube ich so um den dreh auf jeden fall sehr warm und der dachten war das guter guter zeitpunkt eine neue folge aufzunehmen und wir haben ein paar neue bier zu trinken und wir haben natürlich wieder drei biere am start allerdings ist eines heute gezackt 1 haben wir jetzt also wir haben ein sehr leckeres bier als abschluss bier ist von der remscheider brauerei sind ganz interessante jungs die das bauen der sehr jung 22 23 jahre alt also ich glaube schon also bei denen waren wir ja auch beim hopfen fest in bochum am stand genau und wir sind eingeladen sogar dass wir bei denen mal eine nacht übernachten können weil die eine gaststätte wo die bauern und vielleicht können wir auch unser bier mal irgendwann mal da bauen ja okay aber bevor wir zu dem bier kommen haben wir halt noch ein bier von mücke die ruhe export export der klassische dortmunder bierstil erzähle ich auch mal gerne geschichte deswegen halt das export das typische dortmunder bier was hier gebraut wurde und auch exportiert in die ganze welt und deswegen heißt es oft in grad in amerika oft bier nach dort und art oder ein dortmunderisch oder ein dortmunder bier wir sind nicht nur erfolgreich im fußball wir sind auch erfolgreich im bier also möchte noch was zum mücke sagen eigentlich müsste es ja ich weiß nicht beim ersten in der ersten folge hatten wir das ja auch schon mal sehr gut aber hört ja nicht jeder immer zu merkte ich dass wir auch schon länger her mücke ist das letzte grubenpferd von zeche zollfein ihr wisst ja früher war das ja so dass die pferde unter tage gekommen sind und meistens nie das tageslicht gesehen haben und und dann war es das pferd 1 ist übergeblieben 1 und das ist halt das letzte grubenpferd was halt damals von der e-lock abgelöst worden ist und die jungs von aus essen die haben sich halt gedacht wir nennen unsere marke mücke genau und so generell europa zeug kommt ja immer gut aber verkauft sich immer gut auf jeden fall so also als erstes was ich hier feststelle ist halt starke kohlensäure sehr goldig sehr goldig natur trüb ja aber die kohlensäure fällt mir auch stark auf schöner schaum schöner schaumbildung ist präzise genau so gut eingeschüttet von mir perfekt will den nächsten nehmen schon ein bisschen herb richtig wie zu meiner schulzeit aufgewachsen das muss ich ja jedes mal sein wo bin ich aufgewachsen in der nähe der da brauerei und das immer nach bier gerochen war straße so lecker wie ihr damals wusste ich schon dass ich bieraffin werden müsste aber zum schluss bin ich das gewonnen ja wir werden es auch so geworden aber vielleicht machen wir ja zusammen noch was auf jeden also machen wir aber halt in sachen ein bisschen nächste stufe hier auf bier sommer hierfür möchte gern dann können wir uns nicht mehr möchte gern denn dann können wir uns botschafter genau so aber was fairerweise müssen wir dazu sagen diesmal das bier kennen wir schon ja wir wissen dass es gut ist aber hat noch richtig bock drauf also ist halt ein sehr süffiges bier ideal für dieses wetter genau man kann das angenehm trinken süß süßig ich würde sich über drei unter drei übertreiben aber das ist schon ein sehr gutes export wenn man export mag der daniel ein guter freund von mir in karlsruhe dem schicke ich ja immer das bergmann export darunter weil das liebt und dem könnte ich eigentlich auch mal gucken ob ich hier ein paar flaschen mücke mit rein packe damit das mal probiert du hast noch welche oder ja klar da gibt es noch immer ja zwei flaschen für daniel mit damit den karlsruhe auch mal was anderes außer bergmann export kennenlernen obwohl dem bergmann der bergmann export ist schon gut ist okay aber ich finde den mücke wesentlich besser also es ist geschmack ich außer frage geschmack aber ich finde den halt süßer süßiger und dementsprechend halt was wird denn geben ich würde den glatt auf hier gehen ich würde jetzt nur 375 geben ich finde schon sehr gut für die vier nicht aber ich bin mal gespannt was ich schon überhaupt gegeben habe denn ich wie gesagt wir haben es ja schon mal getrunken das heißt ich habe es bestimmt auch schon bewertet und deswegen geben wir das jetzt mal ein so keine übereinstimmung also die suche mal ran aber es sollte einfach zu finden sein welche ruhe export eingebe so 3,75 2 check ins 3,75 ich habe echt vorher nicht geguckt aber ist ein guter beleg halt das habe ich jetzt nicht schön mir schön getrunken ist es echt ein gutes 375 war für mich für den juniierten vierer generell die community als bewertet mit 34 im schnitt also eher schlechter als wir freunde sieben check ins von freunden von mir sind mit 354 auch schlechter als wir beide nicht den guten geschmack wie wir ja denke ich auch also nichtsdestotrotz man wird eben noch mal geschickt jetzt 375 da sich stehen kamera auf kommt kommt mit drauf flasche schimpf vor das gesicht gehalten ich wäre jetzt global bekannt geworden du bist schon global bekannt spätestens hier so flasche standort biercafé west und check in nach wie viel check in hast du denn eigentlich bis jetzt unterschiedliche biere allgemein also allgemein habe ich 3500 ich habe auch irgendwann aufgehört jetzt irgendwie das xte bringkopf einzuschicken weil es witzlos ist okay okay und ich schicke eigentlich nur noch biere ein die ich schon kenne besonderen anlässen also wie jetzt auch hier oder zu welchen schönen orten bin besonderen orten dann schicke ich das bier gerne ein mit dem ort und ansonsten eigentlich nur wenn es ein neues bier ist okay und da bin ich jetzt bei 2146 allerdings halt jetzt auch fährende in über acht jahren und wenn man halt in so einem zum testing geht dann kann man am abend auch mal 40 biere trinken und man trinkt ja immer nur so ein tester also das packt also ein bisschen in relation ist schon stolz total aber du bist ja auch global unterwegs bin global unterwegs das hast du ja immer gerne als singapur ist ja nicht wahrscheinlich auch nicht ich weiß nicht ob das auch schon meiner folge erzählt haben hier im biercafé west ist ja öfter mal biertesting und wenn ich dazu komme hat du nicht am anfang immer erzählt ich wäre weltweit unterwegs was ja stimmt shanghai singapur und genau da war ich noch nie für mich ist das dieselbe route aber jedenfalls haben wir da eben unseren spaß bei und die leute auch also von daher kann ich übrigens auch nur empfehlen könnte mal gucken biertesten hier im bcw lecker und echt richtig gut bei dem wetter bei der wetter ist ein gutes bier für das wetter und gegenüber den ersten folgen haben wir ja jetzt auch hier frische gläser am start denn wir verbessern uns so einfach mal aus der hinterhand geholt und unser zweites bier heute ist das bruder speed bird ist ein besonderes bier das hat bruder zusammen in anführungsstrichen zusammen mit beziehungsweise für britisch airways gebraut gab es lange zeit wohl nur in den lounges von britisch airways und im flieger und der sven henning guter bekannter von mir viel flieger also extremst dafür flieger fliegt auch sehr gerne halt entsprechend hier britisch airways den hatte ich mal gebeten wieder eins mitzubringen das hat er auch gemacht hat er mir geschickt auch dafür noch mal vielen lieben dank wenn er es zufällig sieht danach konnte man die allerdings auch bei rudok wo wir investoren sind auch im online store bestellen das heißt ich habe auch noch ein paar nachgeordert damit auch noch ein paar andere freunde von mir in den genuss kam das ist aber noch die form von sven die habe ich verwahrt das bedeutet aber das habe ich auch schon mal getrunken aber noch nicht ich habe es noch nicht getrunken muss man sagen und mit der investition war schon richtig das ist deine idee gewesen genau kommen wir bestimmt auch noch was zu erzählen aber jetzt will ich erst mal sagen hier das speed bird 100.atlantic ipa ist ja generell eher nicht so deins neidene schwierig noch hat 4,8 prozent und ich sage einfach mal dose auf die dose wir wissen dass immer das beste was dem bier passieren kann ja klar ideal verpackung kein licht bier ist gut geschützt vor allen umwelteinflüssen dazu verleiht das auch flügel wir machen keine werbung wir machen nur zwei werben für uns also sehr trüb kohlen soll schauen muss auch ein guter schaum was gut was wieder gut und das riecht halt auch wie ein ip war das riecht gut great food fruchtig sehr sehr fruchtig aber für 4,8 also 4,8 prozent sehr aber trotzdem riecht sehr gut ich war gespannt was dazu sagt post also ich sag ein sehr gutes ip also es ist nicht so herbe genau ich mag das ja nicht wenn es so herbe ist ich finde der süße typ also ich finde es halt auch wenig herb ist auch also wo ich dann immer gerne sage ist ein massentaugliches ip genau das kann man bestimmt hat auch leuten geben die vielleicht sich noch nicht an die materie an ip herangezastet haben und dann damit man sie nicht direkt verschreckt würde ich mal sagen also sehr sanft wenn man hinterher geruchtsamter geschmack mehr wie viel gut ist das können wir gleich sehen was einstecken so dann also ich würde fernab so ist nicht angegeben ich habe ich gesagt was gegeben hätte aber ich habe es noch nicht ja aber ich hätte also ich hätte das schwierig 3,75 ich hätte mich vielleicht verleiten zu lassen 375 vielleicht eine vierge geben auch weil die geschichte und das was besonderes spielt dann auch irgendwie immer mit rein auch wenn es nicht sein sollte und ich hatte gegeben schon eine 375 375 was halt wie gesagt ob ich jetzt in 375 eine vier gebe da bin ich ungefähr in der gleichen bewertungsskala sprich schmeckt mir ich habe mir sehr gut sehr leckeres und damit liege ich auch immer im schnitt denn freunde von mir haben 325 gegeben und die community hat 3,67 also sagt man schon relativ nahe dran aber es kann ja auch wegen dass das halt so ein bisschen sehr süffig ist dass das halt bis am ende flach wird deshalb halt also es ist für mich nicht nicht ein richtiges ip das ist halt nicht das was erwartet wenn du den ip holst das taucht jetzt übrigens bei dir halt auch am screen auf das ist ja deine idee gewesen genau also wir benutzen hier antippt hier auch bei wibrand bier aber ich habe ja auch früh angefangen hier zu lobbyieren dass du du halt antipp auf den laden einführt damit man die ganzen biere schön in der app hat und jetzt hast du auch endlich das wollte ich auch die ganze zeit haben weiß aus amerika kenne und auch in paris in der bar schon mal gesehen habe über der bahn riesen screen wo die biere draufstehen zurzeit die abend am tapfern sind das jetzt zehn zapfehne sehen jetzt habe ich bin ich habe ich ein bisschen erweitert ich habe jetzt zehn zapfehne habe ich mit johannes vom bräugier zusammen umgebaut und natürlich basti ein freund von mir wir haben alle mühsam eine python leitung vom keller hoch bis in die zapfehne sowie in amerika so richtig große teile drauf also finde ich fand ich gut haben ja sie sehr gefreut und dann der screen drüber wo man entsprechend jetzt entsprechend auch den check-in sehen kann also es werden glaubt die letzten fünf check-ins angezeigt und das heißt und man kann so ein bisschen halt sportlichen ehrgeiz entwickeln damit man den screen übernimmt indem man entsprechend sein bier ein checkt du hast schon fast alle aber wir werden digitale achim mein lokal wird die teile dank dir ja das war ja auch der plan und wie und bier ist findet ja auch statt im rahmen der digitalen woche dortmund da haben wir so wie und bier digital hier mit drei vorträgen da kommt auch der daniel hier gerade angesprochen wegen export der til und ich wir haben drei vorträge mal gucken vielleicht haben wir auch ein bier sponsor gibt noch ein paar bierchen auf jeden fall tolle veranstaltung fragt man viel genau fragen wir mal viel regional super brauerei traditionell und ja gut und dann deine hausmarke also die also die die beliefern dich doch ja also ich arbeite hauptsächlich mit fiege aber das ist das was früher eigentlich dort mit ausgemacht hat familie tradition und regional genau und vielleicht hatte ich auch mal bock drauf das war bei fiege auch mal eine folge machen schön oben im turm da waren wir ja schon mal auf der tour und dass man da schön bei denen im gasthaus halt auch mal ein paar von den viergebiets durchprobiert haben ja auch unterschiedliche biere mittlerweile da war doch biere die hat noch mal kurze zeit die dann vielleicht nicht so liefen oder so aber da ist auch auf jeden fall auch mehr als das klassische pilz was viele oft nur kennen was auch sehr leckeres pilz ist und bernstein ist auch sehr lecker zwecke zwecke ja ja aber auch eine gute gute bandbreite so aber ich würde sagen halt ich nehme mal den letzten schluck und dann kommen wir mal zum gezapften was haben wir denn da überhaupt also wir haben es ja schon verkündet also wir haben denn das das ist ein bier aus bremscheid und die jungs haben wir hier in dort merklichkeit kennengelernt ich fand interessant weil vom geschäftsführer bis zum braumeister sind die alle durchweg jung also 20 und die biere habe ich probiert einfach lecker und es ist eine kleine hausbrauerei und ich bin also ich bin angetan und ich war auch hinterher und zuletzt habe ich die in buchen mit dir gesehen ich habe gesagt wo ist mein bier wo ist mein bier die haben mir wirklich die haben mir versprochen die haben mir das am dienstag liefern und ich weiß aber als das gesagt ja jetzt hat er das gesagt und der braumeister hat es persönlich geliefert danke nochmals aber ich muss sagen ich sag gar nicht wir probieren wir rufen mal julia eine kollegin so da ist das lecker das du es doch das du es doch ich habe ja das da gesagt genau und das mit mit 2u geschrieben wahrscheinlich bald so du es da ist also ja es sollte aber nicht mit dacia zu tun deswegen ja und zwar das ist ein munich dark lager glaube ich ja wenn ich mich richtig vorbereitet habe das riecht auch schon kräftig und schwer leicht rötlich rote farbe man merkt schon karamell mal zu spiel kann ja nur süß sein und lecker jetzt riecht ich finde es richtig schwer sofort naja dann brust rost das hat sehr malzig aber hallo ja das ist mal ja also wie gesagt man schmerkt man schmerkt man schmeckt den den dem malz eindeutig der ist halt so mächtig auch ich glaube auch nicht dass man da mehr als als ein glas maximal zwei trinkt ja es ist schon sehr kräftig muss man sagen also also das ist ja überlegt ob ich wirklich mehr als zwei zwingen könnte aber ich glaube es geht ja nicht um eine wette halt aber wirklich gemütlich das ist dann rechtlich das stimmt und auch zum abschluss würde ich dann sagen deswegen man sagt ja auch ein biertes aber auch immer zum ende immer die dunklen biere weil die hat immer schwerer sind weil danach kann man eigentlich mein leichtes bier trinkt auch schon gar nicht mehr richtig schmecken das stimmt und ja es ist schon schon mächtig aber es erinnert mich an diesen röstzwickel von bergmann oder der porter so in die richtung nee nee der röstzwickel dann eher da wäre ich schon bei dir hier wäre ich jetzt von selber nicht drauf gekommen aber weil für ein porter ist es zumalzig sie haben das auch gut gemacht bergmann hatte das wirklich gut nach diesen röstzwickel ja das auch für eine kurze zeit leider aufgelegt ja in winterzeit und gab mal vom fass nur vom fass weil es ärgerlich aber oft am bergmann kiosk also ich bin dann jeden jeden feierabend mit meinen kollegen also mit man mit unserer zwie sofort rüber gerast du hast nicht gefahren tschuldigung ich finde halt das verstehe ich dann manchmal auch nicht aber ich meine gut ist ja nicht meine brauerei dass die all das röstzwickel war wirklich extrem gut und ich meine ich habe da auch glaube ich keinen getroffen der gesagt hat das schmeckt mir gar nicht also wenn sie gar nicht schmeckt hat dann schmeckt nehmen diese art biere nicht aber halt das röstzwickel dass wir auch ein geiles flaschen bier dass wir auch für dortmunder verhältnisse ganz interessant weil es gibt es dort nicht so ein bier schon klar von anderen brauereien aber nicht vor ort gebaut und der dortmunder ist ein bisschen traditioneller traditioneller patriotisch patriotisch und die wollen auch dass eigentlich so eine brauerei was privat geführt wird auch fragen kommen die machen das gut genau aber schon hier von kleinen brauereien reden hier noch mal hier remschalter brauerei hat er selber gesagt junge leute es ist auch eher ein untypisches bier sag ich mal für junge leute also das junge leute so was halt auch braunen und vielleicht auch trinken so klischeehaft also die meisten trinken ja auch eher leichtere biere jetzt mal jetzt von den kraft bier menschen mal abgesehen also mal junge leute sind ja leichtere biere da ist sowas halt eher so ein typisches bier super halt alles eine zeit auf jeden fall eine bandbreite sie hat auch richtig voll gemacht naja julia meint gut mit uns noch laufen musste noch laufen ich muss noch laufen aber das ist halt echt schwer zu trinken nicht weil es nicht schmeckt sondern einfach weil es schwer ist was wird geben das ist eigentlich meine biere dunkeln wir noch mal riechen also ich weiß schon mal sie geben ich weiß auch was ich letztes mal gegeben hat das war erst vor ein paar tagen also fair enough hat sie auch nichts geändert an meiner meinung habe ich auch schon auf dafür dass du die auch magst du so passt das ja ich habe 35 gegeben und wird jetzt auch wieder 35 geben das ist ein leckeres bier das mit zu schwer und wenn ich halt ein schweres bier haben wollte dann würde ich eher dazu neigen halten stauten porter was ganz anderes zu nehmen dafür ist das nicht ich würde nicht sagen nicht unbedingt mein bierstil aber da habe ich ein paar andere favoriten so wie gesagt für abschluss bier aber wenn es meine hinschuld freue ich mich auch also das bier also ich finde das wäre ein idealer übergang zum potter zum potter oder zum start das ist also wenn du noch einen drauf legen willst danach meinst du also kannst du nehmen und dann nimmst du halt den duster und danach halt einen potter oder start dann hast du aber auch schon ein gutes programm hinter dir ich frage ja einmal den leuten ob die noch laufen wollen ich habe zu noten hoffentlich brauche ich die nicht mal selber so ich habe eingeschränkt dass er auch noch mal auf die community gucken was haben die andere gesagt keiner meiner freunde hat eingeschränkt okay einzigartig so und die community 159 check-ins auch noch überschaubar aber ist ja jetzt auch kleine brauerei bier was noch nicht so lange am markt ist 3,39 also jetzt auch nicht so weit weg von meiner 35 und ich habe mal geguckt die meisten haben es gezapft getrunken 16 haben es aus der flasche getrunken und die aus der flasche haben es besser bewertet soll man ganz interessant wenn man den antep mal reingeht also noch mal in die bewertung rein dann sieht man eben auch servierstil haben die leute per fass per dose gezapft im probierglas auf jeden fall eine sehr interessante sache da kann man sich halt auch irgendwie mal einen abend beim bier verlieren immer noch mal tiefer in die materie reinsteigen und gucken wieso die anderen bewertungen wie die das auch trinken also übrigens wo ich gesagt habe ich stecken wir selten zweimal ein ich stecke es halt auch zwei oder dreimal ein wenn zum beispiel wenig aus der flasche nur kenne und auf einmal gezapft kriege ist das für mich auch immer ein check in wert ein gezapftes bier ist halt immer was anderes immer gezapftes bier kann man auch verbocken also wenn man hier die zapfanlage scheiße ist oder wenn es sich richtig kohlen soll ich arbeite mit stückstoff und es macht schon was aus also wenn du den gewichtigen oder irgendeine einsteigungsfalt eingestellt sind das genau wie bei kaffee ja es kommt immer auf verschiedene auf die maschine auf den druck und und genau und die im ding das ist wenn man draußen spielt nach ihm steht eigentlich auf proteine damit werde ich leben können ich habe herausgefischt ja das kenne ich auch singapro und shanghai also es war ja viel öfter mal ein paar insekten abend als snack zwischendurch bevor wir da noch mal in die bierbar gehen ja wo was vor ihnen sagen also genau hier ist auch genau wenn es gezapft ist und da kann man halt auch viel verbocken aber ich glaube halt auch gerade also auch wieder kraft bis zähne die bars die auch wirklich zapfhähne haben die wissen im regelfall ja auch was sie tun das ist das gute bei der sache ich glaube man dass man eher so ein wald und wiesenpilz in der kneipe vielleicht mal schlecht gezapft bekommt wo weiß ich nicht hier vielleicht einfach mal larifari die zapfdinger angebracht sind so alteigen ist wahrscheinlich eingespielt aber so halt auch so kaffees die eine zapfanlage haben die die sich nicht richtig mit dem thema bier beschäftigen so da würde ich mal ja das risiko sehen bei bei dir sehe ich da kein risiko ich glaube nicht dass das in die in einem lokal wo richtig viele zapfhähne sind sich spezialisieren auf kraft hier das meinte ja gerade da auf keinen fall weil das ist ja genau das stecken fährt aber halt es gibt halt oft halt auch kaffees die haben zwei zapfhähne aus dem ausland auch wo sie halt immer zwei gezapfte bier haben und ich meine die schließen die ja nicht mit liebe an also ich weiß auch nicht über treiben nicht mit liebe aber ich meine das wird einfach angeschlossen für die aus ja okay das ist auch in ordnung im regelfall ist 08 15 pilsner du bist ja gegen massenbierhaltung ich bin gegen massenbierhaltung ich bin ja toleranter im alter geworden es ist auch vor keinen ordnung mal massenpils zu trinken nein ich bin konservativ geworden ja siehst du also bei mir muss das tradition und es muss auch familien geführt werden nur so funktioniert das klar muss das wirtschaftlich sein aber man kann auch wirtschaftlich anders ja also traditionell ist ja auch hier unsere gemütliche kleine youtube video show familiär auch weil wir sind ja auch schon mehr als freunde mehr als freunde auch mit dem genau mit dem hinterher kamera schon eine kleine runde haben wir auch schon ein paar feste zuschauer gewonnen finde ich auch schön und ja ich würde sagen ich würde in die sendung ich brauche bestimmt noch eine kleine minute oder mehr um das schwere bier runter zu trinken ich werde auch kein langweilen ich habe ich gebe das zum weiter ja trotzdem das ist ja auch mal schmecken weil es kann ja nicht immer sein wir probieren wir probieren und themat die ganze arbeit mit der kamera und das ist ja auch schmecken dem ja genau dementsprechend den lässt sich schmecken und hat sich schmecken lassen ich hoffe ihr lasst es euch schmecken vielleicht guckt ihr das ja auch gerade mit dem bierchen vor euch dann post wenn ich dann könnt euch später eins ich sag mal bis zum nächsten mal